Hier kann man das auch super angleichen. Ne, hier. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Okay, hier muss es dann weiter. Nur wegen der Autobahnen. Nein, den machen wir jetzt kleiner. Come on. Jawollo. Gut. Ebenen und dann hätten wir was. Oh, wir lieben das cheap and random flea market. Wir kamen hier mit den grandkids und wir bleiben. Cheap and random. Oh, sicher, ich bin hier bevor. Matter of fact, ich war hier letzte Tuesday. Cheap and random. Toaster works fine if you flip the bread. Cheap and random. What is that thing? What is that thing? Okay. 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 Jetzt habe ich nicht mehr viel zu kletten. Nur noch halt dieses Sorgenkind hier. Come on, ich will fertig werden. Ich will den Flughafen testen. Eiei, das zieht sich jetzt wirklich hin. Ui, 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 ui. So. Hier noch. Zack, zack, zarrap. Zapp, zarrap. Zapp, zarrap. Zapp, zarrap. Vielleicht muss ich hier noch eine Ebene reinpacken. Jep, dann wird es zwar kleiner, noch nicht ganz genügend. Aber knapp. Ja. Weil eigentlich will ich alles grün haben. Ich will nicht das so gesteinsmäßig. Obwohl das sieht dann auch noch natural aus, wenn ich das drin lasse. So. Hier noch. So. Was ist passiert, wenn ich hier den großen nehme? Ja, dann können wir ein bisschen noch spielen. So. Einmal rüberfahren. Gut. Damit kann ich leben. für das erste. Ich hole mir schnell was zu trinken. So. 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 weiter geht's. So. 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 Wie. af dividing. So. 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 sieht das mit der Bitrate wieder mit der Bitrate. Mit der Bitrate besser aus. Mit der Bitrate. Gut. Hier habe ich die Straße viel zu nah aneinander gebaut. Die Espenstrasse und die Wiedlenstraße. Machen wir mal 8 Abstand. Aha. Dieser Hang ist zu stein. Okay. Ja, es ist. Gut. Mal gucken, ob ich jetzt kann. Okay. Okay. Ja gut, hier geht nix, dafür geht hier das und hier geht das und hier, wie mache ich das denn so? Okay, ja gut, dann hätte ich die Strasse mal so verbunden und hier, das sieht schon richtig geil aus. Parkgebühr, ja, natürlich Parkgebühr, hallo? Ist nicht am Wasser angeschlossen, ja, ja, komm, chill, chill. Ah, Kreuzungen. Okay. Hier würde es gehen. Jetzt, wenn ich die hier mache. Okay. Okay. Dann hier vielleicht eine vierspurige und... Ah, falsche Richtung. Okay. 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 Das sieht ein bisschen scheiße aus, aber ich muss hier irgendwas wegen dem Bahnhof machen. Wegen dem machen und hier geht dann... So, da ist ein bisschen raus. Wenn ich das hier raus mache, dann kann ich hier eine viel größere Autobahn machen. So. Wo ist es überlappend? Warum ungültige Form? Ja, Lul, so geht's. So, dreispurig. Dann ist es nicht so gut. So, jetzt. Also, wenn du, du, du.